Du hörst mich ja normal hier so über den TS. Der Sascha will wieder am Mod sein bei mir. Wahrscheinlich wegen der... Hab ich die Langsammodus hier drin eigentlich? Ne, ich glaub nicht. Was hast du? Langsammodus? Ja, hab ich die ausgestellt. Ja, ich hab da ja 3 Sekunden. Nicht damit irgendeine... Ja, genau. 3 Sekunden ist ja nix eigentlich. Na, der Nurse ist natürlich geil. Ist halt richtig... Die Nurse freut sich. Geil, wo jetzt? Ja, die Nurse, die hat... Die denkt sich Freebie fortgelegt. Ist so. Ich warte mal. Bevor ich runter springe in die Hülle des Löwen hier. Leon, das ist eher Zufall. Ich glaub, die Stefan das mal einflissen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich geh runter in die Toilette. Die war hier gerade. Ich geh dran. Was ist Zufall? Mit den Perks. Wenn du ein gelbes Perk vom Lugnetz holst, ist die Chance, du gehörst auf ein neues Gelbes Perk vom Lugnetz. Das ist glaub ich auch Zufall. Das ist vielleicht... Vielleicht ist es so, aber ich denk es ist Zufall. Denk ich auch. Wenn es rein für ein Selfknight wäre, müsstest du theoretisch gesehen, eher die grünen Sachen holen, damit die schneller weg gehen, damit dann die lilanen Perks kommen. Also bis zum lilanen Perks kommen. Also theoretisch. Wir haben noch keinen gefunden, oder? War gar bei mir? Machen wir den gerade zu dritt in der Toilette. Ach gut. Der war gerade bei mir. Ich bin an dem Zen hier. Okay. Dann müsst ihr verzeihen. Eher euch finden dazu. Der geht an. Oh, bitte habt ihr keinen genug mehr. Da ist sogar. Oh, er ist bei mir. Shit. Okay. Ah, bitte kommt der wieder zurück, Alter. Ganz ehrlich, wenn ich den schon abzecke, dann geh ich doch zum anderen hier. Sollste? Whisper vielleicht. Oh mein Gott. Ist grad bei einem anderen. Ach, da war ein Kollege deswegen. Ja, ja, ja. Da kann man nicht wegen dir. Kannst du? Ich geh mal schnell runter in den Keller. Ich hoffe, dass ich hier was finde. Ein Schlüssel wäre geil. Ich bin jetzt mal ober der Kase. Oh, ne, ich geh wieder runter. Ne, da ist er klar. Geht nicht. Und wir bekommen einen Quacker. Ja. Kann man mit viel machen. Habe ich dich heute auch gerettet mit dem Quacker. Bei dem Clown. Ja. Mich auch vorhin. Bei Jägern. Das war. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Oder was auch immer. Das war keine Ahnung. Wie ist die? Ja, das ist so eine 20 Minuten Nurse-Gameplay-Erfahrung. Ich suche die den ganzen Tag schon. Meinst du? Naja, die ist die ganze Zeit hinter mir schon. Doch im Kreis im Prinzip. Ne, sind keine Ruinen dabei. Wie die, wie die Nurse... Oh mein Gott, das Tor ist nicht verflückt. Hä, wie das Tor ist so? Klasse, das Tor ist so. Achso, du meinst ja. Ja, ja. Puh. Also... Das... Die sind die kleinen Tür neben dem großen Vorhang. Ja, das ist schon klar. Nicht die... Der Ausfall mit Zoom. Was ist denn? Was ist denn der jetzt denn? Der runter? Der Erster? Ich glaube, der lässt ihn liegen. Echt. Scheiße. Ich habe noch einen Generator fertig. Ich kann dem nicht helfen grad, ey. Oh, durchgezogen. Nein, der ist... Wie kannst du jetzt hier? Jetzt kommen wir zum nächsten Generator. Waffe, die hört das nicht. Aber Nurse ist geil hier auch. Die kann einfach... Also von oben nach unten porten. Von unten nach oben. Das ist echt... Richtig stark. Alle, sag mal... Die gammeln den ganzen Tag von hier ab, ey. Sag mal. Ich... Ich hock einfach in der Ecke und mach nichts. Echt? Ich bin noch ein Generator. Aber... Slugty. Oh shit. Oh, das ist doch... Ich bin doch durch. Wie soll ich verarschen? Wie der nicht blockiert hat, ey. Bullshit, bro. Wie der einfach zugeschlagen hat und trotzdem noch blockieren kann. Mega gut. Oh, Slugty. Der hat keinen Bock oder was? Richtiges zu spielen. Weißt du, dass der macht. Der macht da irgendwie rum. Ich glaube, der spielt die feste. Schimpfer wird bitte. Ja, hier kann ich nix machen. Oh, hab den aufgegabelt. Ach, weiß das Perk. Stimmt. Äh. Hatte ich nicht dran gedacht bestimmt. Oder... Bespießdienst hätte ich. Keine Ahnung. Ach, wir hinterlassen da kein Blut, ne? Was machen wir? Wir hinterlassen da gar kein Blut. Stimmt ja. Ich glaube, die geht aufs Lang. Aber das geht ja mit unserem Perk nicht. Ja. Haben sie vergessen. Wenn einer von uns auf dem Boden ist, dann... Mit anderen auch? Ja. Muss anderen auch noch durchhalten. Pass auf, pass auf. Ich geh runter. Na, 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 na. Kannst du voll klicken. Du Lauch auch. Ich hab schon aufgehoben hier. Ja, jetzt hast du mich natürlich. Weil das war ein riesiger Spot. Wenn du als Nurse den Überlebenden in den Kriegst, dann bist du dich auch noch los. Weil der Überlebende brauchst so lange, bis er runter fällt. Komm, ich stelle zu dir. Und ich spiele Cover Grabs. Ja, ja. Wie bei uns ist der Gen fast fertig? Ja, ja. Zwei Stück haben wir hier. Alter, die macht echt nur Slug, ne? Oh, Mann, ey. Ja, aber es lang geht nicht mit uns. Die kommt, die kommt zu dir. Ich mach dich. Aber easy weg. Ich hab wieder aufgehoben. Oh, mein Gott. Die will dich haben. Mhm. Komm, fertig. Ich geh zum Generator dran. Oh, bloß hab ich noch nicht leistiger sein. Von oben, von oben nach unten. Ich geh gerade runter zum Sehen. Oh mein Gott, ich hab mich. Oh shit. Gib die mich jetzt mal auf? Ne, gib mich nicht auf. Ne, ne. 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 Vielleicht ist das so eine Nerds und die weiß gar nicht was die da für einen Perk haben. Ey, ohne Scheiß. Vielleicht ist das echt so, ne. Vielleicht weiß er das gar nicht. Denk dir mal, wir werden immer hochgehildet. Die war wieder grad bei mir. Aber ist alles gut. Mach einfach, Jadons. Wie gesagt, ich kann mich selbst hochheilen. Ist ja alles... Ach. Pfuh. Von daher. So, hab ich hingestellt. Geh zum Generator dran. Wo wird da... Ah, geht zurück. Er geht doch wieder. Was auch immer los ist. So was meine ich. Die wollen grad so spielen. Und das ist geil, wenn wir grad so zufällig gehen auch auf diese Perkbild spielen. Einfach, weißt du. Ja, das war fast egal. Voll was bringt auch. Ja, das war geil. Ja, das war geil. Na, 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 shit. Ne, ist hinter mir. Ja. 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 Und dann machen wir weiter. Genau. Einfach nur kurz Subnet ändern, Titel aktualisieren und dann wieder hochfahren. Ja, aber nichts besonderes. Oh, shit. Ne, ne. Das ist nicht aber lösen. Okay. Du wie covers wieder, ne? Ja. Ja, du bist dann dabei. 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 Ja, du bist dann dabei überhaupt noch Haken oder? Oh, shit. Oh, ich hab das. Warst du mal irgendeiner am Haken? Ne, ne? Ne, gar nicht. Ah, der Armat, ey. Die ist unter mir. Wie viel Prozent, äh? Bin gleich so weit. Okay. Ist bei mir beim Generator hier. Setzt hier zurück. Und fertig. Habe ich nicht gesehen. Geht hier weg. Na, nicht wieder bei mir. Okay. Geht wieder am Generator dran. Oh, schade. Dass du nicht wieder liegst. Oder? Ah, ja. Aber der eine hier, bist du bis da unten? Ne, oben. Okay, da ist nämlich jemand, der unten repariert. Okay. Und fertig. Ah, jetzt von meiner hier, wo ich liege, ist es auch ziemlich weit schon. Okay. Über 50 auf jeden Fall. Hat er halt gerade kaputt gemacht, aber... Ja, ich glaube. Komm zurück, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Ja, mach ruhig. Ich bin gleich. Ich stehe auf, ich stehe auf. Okay. Let's go. Zu zweit und beide mit Widerstandsfähigkeit. Fuck, da ist er. Da ist ein Neiker. Jo. Oh mein Gott. Ich dachte, die geht hier durch. Pass auf. Oh shit. Hat Rallina an die beiden. Oh Gott. Oh nein. Das ist ein Geclasht. Was ist das? Er geht zu mir? Ja, ich will körper mich, alles gut. Ja, ne, ne, ne. Er kommt zu mir. Ja. Oh, der will unbedingt... jemand, äh, die Leute auf dem Boden haben hier, ey. Ich stell mir grad echt so vor, der ist und denkt so. Alter, wie schnell halten Sie sich denn hoch? Ja, aber wo sind die denn überhaupt? Wir helfen denn nur eins? Ja. Kann doch gar nicht sein. Dann hat der auch noch unbeugsamt dabei, so, weißt du. Hm, äh, äh, äh. Kein Goldmusik, wüs ich. Das wird morgen. Hm, ist er bei dir? Äh, ne, war gerade kurz. Hab mich grad hingestellt. Ich hab gehalten, dass Torred aufmacht bei mir, da wo ich liege, falls du nicht weißt, wo's ist. Ja, nice. Gleich in die Ecke hier. Ja. Ist offen. Okay. Hab ich verloren. Bin am Tor, warte dann. Okay. Die sucht mich noch hier, wie's aussieht. Ja, also ich hör sie auch nicht wie's ungefähr aus. Kommt jetzt zu euch? Ich hör sie mir noch nicht. Ah doch, jetzt seh ich sie. Okay. Aber sie... Kommt nicht. Ich hab noch kurz geschaut. Ich bin noch unten. Nö, wüsste ich. Ist die da bei euch? Nö. Okay, ich komme. Ich glaube, ich komme. Die war nur ganz kurz da und hat geguckt. Okay, ich bin da. Ist wieder weggedeckt. Äh, bei der Slending, äh, jäh, 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 jäh. Da haben wir die Runde gerettet, du. Ja, Tuerkterk. Ja, Tuerk – Tuerk. Yeah, Tuerk. Die Daddy Porky, teide. Geh denn jetzt? Dieauten lame. gum Chauchzenhier. Oh, yeah. Da Harrisonlease. Oh, yeah. Hier hast du ein Dollar, mit dem SlipYer. Oh, yeah. Oh, yeah. Teiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteitee. Okay. Wo ist rauß? Ja, wo ist�ah?! das war gucken wie die doch rauskommt die leute hatte das war eine runde das heißt echt geil dass wir beide das berg auf wie gesagt jetzt gerade haben war gut wie verfolgen der ja der wollte das machen unbedingt der wollte unbedingt die nähe hatte die nähe hat kurz gebraucht ich hab kein ds mehr Die kann sich nicht heilen. Ich glaube auch, dass er dich richtig spielt. Ich glaube, der Rest wird dir entkommen lassen. Habe ich ein Gefühl, irgendwie... Ja, aber wenn du willst. Vielleicht auch nicht. Er trägt ihn raus, was auch? Das habe ich nicht erwartet. Dich nehme ich mit nach Hause. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe echt das Gefühl, dass er dich nicht killen will. Das ist dann auch Spaß. Ja, die muss raus. Die kann nicht reinlaufen. Wenn die reinläuft, bringt ja nichts. Dann steht die da und guckt, wie das aussieht mit dem Nebel. Achso, ich guck die gar nicht an. Ich guck die am Haken an. Aber das sieht hier ganz anders aus, als auf den anderen Maps. Ja, ne? Ganz komisch. Mein Auge juckt so, ey. Ja, bei mir auch irgendwie. So blöd, oder? Nerdig. Toll. Okay, was haben wir da? Ich habe Essen hier. Guten Morgen, Fluchtigal und Brudel. Hab ich glaube ich schon gesagt. Oder nochmal Hallo. Auf der Krankenschwester, Direktivmütze. Aber echt? Da haben wir ja mit dem Perk hier... Lucky Noobs! Warum Lucky? Okay. Easy Easy. Easy Easy. Wir wollten ein Beat Out. Äh... Ich hab noch nicht genug geschrieben. Junge, was für eine Kartoffel, ey. Easy Easy. Ja. Du hast so eine Kartoffel. Er kennt das Perk einfach nicht, oder wie? Oh mein Gott. Geh mal bitte ins Kloh, spüle ich runter. Oh mein Gott. Es ist nicht Trash-Talking. Wenn Trash-Talking geht... Junge, der hat ja keine Ahnung. Ich mach auch jetzt mit dir. Gigi Easy, Junge. Der hat ja keine Ahnung. Das ist der Typ, ey. Das ist der Typ, ey. You can't really call... ...zu people... You can't really call people trash when you try to slug. No members then... ...and try trash talk about them. Ja, ist so. Switch to Leatherface. Ja, genau. Was ist das denn für ein Bob, ey? Was ist das denn für ein Bob, ey?